Sandro L. ist Kleinunternehmer und hat nach einem Auftrag, den er ordnungsgemäß erfüllt hat, seine Rechnung an den Kunden geschickt. Weil dieser trotz Mahnung nicht gezahlt hat, hatte Herr L. seine Forderung gerichtlich geltend gemacht und auch ein Urteil erhalten, das inzwischen rechtskräftig ist. Sein Kunde hat trotz des Urteils aber immer noch nicht gezahlt. Was kann oder muss denn unser Zuschauer nun tun, um an sein Geld zu kommen? Gerade die kleinen Unternehmen sind auf pünktliche Zahlungen angewiesen. Die Zahlungsausfälle wiegen da ja meist sehr viel schwerer als bei größeren Unternehmen, die das vielleicht mal verkraften können. Deswegen ist ein gezieltes Forderungsinkasso, glaube ich, für die kleineren Unternehmen besonders wichtig. Gezielt, das heißt vor allem was? Gezielt heißt vor allen Dingen, konsequent, natürlich aber nicht blindlings drauf los zu vollstrecken. Konsequent meint, dass man also nachhaltig vollstreckt, dass man sozusagen, wenn man dann schon mal ein Urteil erstritten hat, keine Luft an diese Sache rankommen lässt. Die Schuldner merken sehr schnell, wer zögerlich ist, wo es sich lohnt, vielleicht die Vollstreckung zu vereiteln oder sich der Vollstreckung irgendwie zu entziehen. Wichtig ist hier, glaube ich, auch die Wahl der richtigen Vollstreckungsmittel. Welche Vollstreckungsmöglichkeiten gibt es denn? Die sind sehr vielfältig. Deswegen muss man also auch gut überlegen, welche man davon aufgreift. Probate Mittel sind natürlich Kontopfändung. Man kann also das Kontopfändnis gut haben, was auf einem Konto vorhanden ist des Schuldners. Man kann in Immobilien vollstrecken, wenn man weiß, wo welche sind, kann man also auch Grundschulden dann in vollstreckbarer Weise eintragen lassen und dann eben auch eine Zwangsversteigerung des Grundstückes betreiben. Man kann in Forderungen des Schuldners vollstrecken, wenn man weiß, woher der Schuldner also noch Geld bekommt, dann kann man diese Forderungen pfänden. Man kann natürlich auch mit Hilfe des Gerichtsvollziehers die sogenannte Mobiliarvollstreckung durchführen, das heißt den Gerichtsvollzieher hinschicken, damit der das verwertet, was er also im Besitz des Schuldners vorfindet. Also vielfältige Möglichkeiten da zu vollstrecken bis hin eben zur eideschattlichen Versicherung, von der die meisten sicherlich auch schon mal was gehört haben. Aber wie weiß denn unser Zuschauer, welche Vollstreckungsmaßnahme die geeignete ist? Der Schuldner, wenn er weniger erfahren ist, wird er jetzt nicht unbedingt wissen, wie man das vor allen Dingen macht. Aber er hat natürlich die zunächst mal interessantesten Informationen über den Schuldner, weil er den Schuldner ja zuallererst mal kennt. Er weiß aus eventuell der Vertragsbeziehung, welche Konten da vorhanden sind, welche Bankverbindung also geeignet ist, um da eine Pfändung vorzunehmen, wo Grundvermögen vorhanden ist, wo eventuell eine Mitgliedschaft in einer Genossenschaft besteht und man die Genossenschaftsanteile fänden kann, wo Beteiligungen an Unternehmen bestehen. Und wenn das der Schuldner nicht weiß oder jedenfalls die Informationen nicht vollständig dazu vorliegen, dann ist also in den gut aufgestellten Anwaltskanzleien, gibt es da also Mitarbeiter, die da auch in der Recherche sehr geübt sind und das in der Regel herausbekommen und da dem Schuldner sozusagen auf den Fersen hocken. Das bedeutet aber auch Kosten, 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 oder? Ja, wobei die Kosten der Zwangsvollstreckung deutlich geringer sind, als sie im Rahmen der gerichtlichen Geldentmachung, also als er das Urteil erschritten hat, anfallen. Natürlich fallen auch im Rahmen der Zwangsvollstreckung Kosten an für beauftragte Anwälte, für Gerichtsvollzieher, aber die halten sich wie gesagt in Grenzen und vor allen Dingen werden sie ja beim Schuldner als weiterer Verzugsschaden auch immer wieder mitgeltend gemacht. Das heißt, der Schuldner bekommt es also nach wie vor dann sozusagen oben drauf gepackt, der Gerichtsvollzieher vollstreckt es mit, auch im Rahmen der Kontopfändung wird es in dem Pfändungsbeschluss bereits mit ausgewiesen und man muss natürlich wissen, die Erfolgsquote für diejenigen, die die Zwangsvollstreckung professionell betreiben, dazu gehören natürlich in allererster Linie die Anwälte, die ist natürlich ungleich höher als jemand, der eher selten oder vielleicht bisher noch überhaupt nicht mit der Zwangsvollstreckung befasst gewesen ist, weil da sind einfach die Profis und da muss der Kleinunternehmer wahrscheinlich mit seiner Forderung hin, wenn er sie ernsthaft beitreiben will und wenn er nicht auf dem Urteil sitzen bleiben will, wo es also nur auf dem Papier steht. Frage und Antwort Ich habe eine fällige Zahlung erst sehr viel später erhalten als vereinbart. Kann ich Zinsen beanspruchen? Zu Ihren Gunsten ergibt sich ein Schadenersatzanspruch, der aus § 280 Absatz 1 BGB resultiert. Sie könnten zum einen die pauschalisierten gesetzlichen Verzugszinsen geltend machen. Sie betragen 5 Prozentpunkte über den Basiszinssatz für Geschäfte mit Verbrauchern, ansonsten 8 Prozentpunkte über den Basiszinssatz. Wenn Sie beispielsweise bei Ihrer Hausbank einen Darlehen in Anspruch nehmen, vielleicht einen Kontokorrentkredit, bei dem Sie höhere Zinsen bezahlen müssen als die gesetzlichen Verzugszinsen sich darstellen, dann können Sie auch diese höheren Zinsen als Verzugsschaden geltend machen. Untertitelung im Auftrag des Zinsen Vielen Dank.